So, Sporting Lissabon ist hier in der Europa League gefordert gegen die... Wow, scheiße. Nein! Ernsthaft? Pfff, eine Minute, was war denn das? Okay. Neuer Rekord gegen dich. Sporting Lissabon ist gefordert gegen Wolfsburg. In der Heimat ist man auf Rang 3. Wir wissen, die Gastgeber sind in der Bundesliga auf Platz Nummer 2 und haben hier ein Tor schon mal geschenkt bekommen. Am vergangenen Wochenende, da gab es ein sensationelles Spiel. 5 zu 4 hat man gegen Leverkusen gewonnen. Einer konnte dabei besonders zaubern. Das war Dost. Unglaublich, was für Buden der da erzählt hat. Aber den hat Cem hier bisher auf der Bank gelassen. Ja, der kommt später. Der kommt später. Das war jetzt mal ein Fehlstart nach Maas. Schon wieder. Das hatten wir schon in der Champions League. Ich mit Real Madrid gegen Schalke. Malandakong. Scheiße. Ja, die Wölfe, das ist ein verdammt starker Verein. Jetzt ist es ja schon längere Zeit. Aber was die nun wieder möglich gemacht haben mit dem ganzen finanziellen Spielraum. Was ist hier jetzt abgefiffen? Da, Pauli. Also die Wölfe muss man auf jeden Fall richtig dick auf dem Zettel haben. Ich versuche hier trotzdem mit Lissabon irgendwas zu reißen. Oh, das ist schon mal nicht schlecht, wenn ich grätsche. Schade. Am Torwart vorbei. Am Torwart vorbei. Ja, die gibt es ja auch noch. Ja, aber nicht mehr lange. Eben gerade habe ich ihn knapp verfehlt. Gut, dass du noch Hoffnung hast. Aber die vergeht dir. Nö. Außer ich mache so eine Scheiße noch irgendwann nochmal. Das machst du immer. Dann kann ich es mir sparsen. So, kein Absatz. Die Kacke geht wieder los. Die Kacke geht wieder los. Was war denn das? Was war denn das? Und zwar, und zwar, was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay, das ist jetzt hier lustiger Fußball. Hallo, schön. Naja, nicht so schön. Weiter, 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 Jungs. Das gefällt mir hier bisher. Außer das Gegentor, das war richtig dämlich. Aber der Rest war doch nicht so schlecht. Jetzt komm, schnapp ihn dir, Olic. Ach Gott. Oh Gott. Keine Chance hier. Oh Gott. Oh. Oho. Oho. Ja, De Bruyne, was machst du da? Hä, wieso ist eigentlich Olic hier noch bei Wolfsburg, hä? Ja, weil das nicht geupdatet ist. What? Die wurden, aber der Kader wurde eigentlich letzte Woche aktualisiert. Aktualisiert, da konnte ich mit dem HSV auch schon Olic spielen. Komisch. Das ist komisch. Malanda ist auch noch drin. Also ich weiß nicht, ob die dann, wenn ein Spieler stirbt, ob die noch drin bleiben. Nee. Aber ist noch da. Ja, Ausgleich. Schönes Tor. Eigentlich nicht. Also am letzten Bundesliga-Spieltag hatten wir gerade aufgenommen. Und dort gab es dann kurzfristig noch das Update. Und da hatte ich mich richtig gefreut, dass dann die aktuellen Kader hier verfügbar sind. Haben sie das wieder zurückgenommen? Das war so ein unnötiges Tor gerade. Das war so ein unnötiges Tor gerade. Ich erinnere mal an das 1 zu 0 von dir. Ja, aber das war wenigstens geil. Hallo? Und meins jetzt gerade? Na? Komm! Nein! Jürgen, wie kannst du ihn nicht machen? Na Gott sei Dank. Wie kannst du ihn nicht machen? Ach, da ist ja keiner mehr. Das war so unnötig gerade. Hau ihn. Das war so unnötig gerade. Weiter, weiter, weiter. Joa, äh, hallo? Ah! Jetzt! Hallo! Sauber! Boah, guter Schuss. Ey, was für Schanzen! Nun, hm? Was für Schanzen wir hier schon wieder liegen lassen, Mann. Ganz nix. Nach! Holt ihn euch. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh Mann, sei froh, dass es nicht letzter Mann war. Das war nicht gut. Ey, das war so... Oh Gott! Boah, das muss doch Rot geben jetzt. Ey, wenn es Rot gibt, das wäre jetzt so unfair. Ich konnte da nichts machen. Ja, nöööö. Natürlich konntest du nicht machen. Rot, richtig. In jedem Scheißspiel heute. Das ist echt drauf, du. In jedem Scheißspiel, Leute. Ey, Mann, und immer ein Innenverteidiger. Was für eine Scheiße. Immer ein dummer Innenverteidiger. Ecke, Ecke, Ecke. Nein. Oh, Mann, immer so ein blöder Innenverteidiger. Jetzt muss ich schnell umstellen, ey. Ey, das ist... Guck mal, guck mal, das war so unnötig gerade. Ja, ach nee, ich wechsel noch nicht. War gerade so unnötig. Da hast du recht. Versuch's mal so weiter. Es war gefährlich. Aber... Warum nicht? Oh, ja, Spiel. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße. Schade. Gute Parade. So was kannst du mit De Bruyne machen. Hoch. Siehste, kaum sage ich's zu einem Ball. Und dann auch nicht mehr. Nein! Oh, Mann, Mann. Ja, ja. Ja, den haben wir doch. Ja. Glaubst du? Mhm. Nö. Weiß ich auch. Hast du nicht. Scheiße, warum sage ich das immer? Abseits. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Wenn mir's erst abseits, wenn's gepfiffen wird, bist da einer beschissen. Hol dir noch. Schön ausgespielt. Schön. Wunderschöun. Oh, fuck. Fuck. Nein. Nein, 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 nein. Komm, Rot. Bitte gib Rot. Bitte gib Rot. Gelbe Karte. Ach nee. Das gibt es nicht Den halte ich doch locker Den wäre dann Na gut Na komm, warum nicht Erstmal wechseln hier Na gut Ich bin nicht so der Elfmeterschütze Ich weiß Ja Was machst du denn Das habe ich mir irgendwie gedacht Ich habe halt wie letztes Mal wieder nach rechts Weißt du Sogar rechts gehalten Aber nein Hä, okay, das ist komisch Das war so unfair Nein Einfach wegen dem blöden FIFA Ja Oder meinem Controller Oder was auch immer Ja Nein Scheiße Ich könnte mich schon wieder aufregen Das war schon fast die sichere Führung Ja, okay Jetzt Rückstand Okay Rückstand Weiter Aufstehen Oh, spielen Finde ich auch Oh, nee Jetzt die Bräune Die Bräune Oh, ganz stark Ganz, ganz stark Ganz, ganz stark Junge Sehr stark Boah, wichtig Nein Ja, vorbei Nachspielzeit läuft schon Das wäre das Ja, und gelbe Karte für dich. Schon wieder? Ja, weil Vorteil. Ach. Oh, lass den Angriff doch noch. Das wäre das 3 zu 0. Jetzt wird schwer. Bast, Dorst oder der Lord. Erstmal Dorst. Ich wechsle auf jeden Fall auch aus. Weißler. Ist mir zu gefährlich mit den gelben Karten da hinten. Und umstellen will ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das gewinnen wir auch so. Junge, was für eine blöde Aktion. Was für eine scheiß Aktion. Ich muss mal sagen, fast eine Kopie vom 1 zu 0. 2 zu 1. Auch hier haben wir nicht mal 60 Sekunden gebraucht. Schön. Das war so dumm gerade. Aber noch dummer. Am dummsten. Da muss einer rauf. Dumm, dümmer, de Brom, Alter. Spaß. Ja, ich wollte gerade sagen. Hast du mitbekommen? Mit seiner Strafe. Gegen den Ball, die Jungen. Was waren das nochmal? 82.000 oder so? Ich glaub's. Ja. Give me the ball, motherfucker. Ja, ja. Ja, ja. Alter, das ist auch echt voll daneben. Muss ich wirklich sagen. Hat er sich verdient, die Geldstrafe. Aber es war ja auch geil mit Joe Hart in der... Boah! 3 zu 1. Was für ein Kopfballtor. Geil. Ja, schön. Was zur Hölle ist heute los mit mir? Eide. Bam, bam. Das haben wir gar nicht gesehen. Nochmal. Ah, die Perspektive ist auch kacke. Von der Seite, bitte. Hier. Boah! Es ist so wuchtig, ich muss den erstmal treffen. Schön. War so eine dumme Aktion gerade schon wieder, ey. Aber war halt nichts zu machen. Und jetzt De Bruyne hat aber was zu melden. Ja! Ja, okay. Man, in echt kann der das besser. Ja. Hoch. Komm, jetzt komm. Komm, was machst du da? Okay. Den kriegen wir. Oh, da auch nicht. Oh, schön gelöst. Und jetzt wird das gefährlich. Ah! Okay, okay. Der muss umgenietet werden. Umgenietet. Nee. Ja! Was zur Hölle? Was? Nicht mein Foul. Natürlich nicht. Ich bin ein fairer Spieler im Vergleich zu dir, du roter Kartensammler. Nein! Ja! Geil. Du Jung. Schön. Das war kein Abseits. Würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Sonst würde der nicht mehr laufen. Nach Necke. Was ist heute los mit mir, Junge? Komm schon. Boah! Immer so eine kleine Scheiß-Situation, die alles immer kaputt macht. Läuft noch ein? Gerade schau ich nach unten, ob noch einer mitläuft. Die Aktion ist schon wieder vorbei. Oh, das war ja wunderschön. Es hilft nur noch eins. Es hilft nur noch eins. Boah, habe ich den geil getroffen. Meine Güte. Oh, Sekunde. Sekunde. Ja, ja. Ich wechsle auch noch mal aus. Oh, ich nutze den Bändner-Effekt. Oh, Gott, ey. Das war nicht schlecht. Ach, ja, ach, ja. Ja, eine gute halbe Stunde. Oder ich sage mal, eine halbe Stunde plus Nachspielzeit. Oder mit der Nachspielzeit eingezogen. Einbezogen hast du noch? Ich nutze den Bändner-Effekt und baller dich jetzt weg. Ja. Glaubst du nicht? Nein. Pass auf. Geht ja gut los. Geht ja sehr schön los hier. Ey, Mann. Was ist heute los? Ja, komm, komm. Ja, ja, jetzt. Ach. So schlecht bin ich auch nicht. Ey, komm, Bändner-Effekt. Komm, Bändner-Effekt. Ja, richtig. Auch wichtig. Ey, Junge, wie kannst du den verkacken, Mann? Weiter. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, mach's alleine, mach's alleine. Mach's alleine. 4-1. Wir nehmen das alles nochmal neu auf. Wir laden das nicht hoch. Okay, natürlich. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Junge, was ist da los? Guck mal, guck mal an, guck mal an. Was? Warum? Warum? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ist ja das Problem. Guckst dir an. Guckst dir an. Oh, für 3-1. Guckst dir an. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Ich dachte, ich hau den vorbei, aber... Da lacht sogar der Schiri. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt echt? Nein. Achso. Oh, Mann. Ich hab gedacht, dass der wirklich gefeiert. Nee. Dann lieber Rot. Oh, fuck. Ah, ja. Das ist doch immer dasselbe. Lord-Bendner-Effekt. Ich sag's doch. Jetzt geht's los, oder was? Niklas-Bendner. Der Lord. Oh, Mann. Komm, komm. Komm. Lord-Effekt. Das holen wir nochmal auf. Nein. Ja. Verarscht. Oh, Mann. Schön. Boah. Shit. Schade. Wieso? Okay, ihr grätscht ihn weg. Ist ja schön und gut. Aber warum holt ihr euch den Ball dann nicht? Warum macht ihr sowas? Hecke. Kurz. Oder nicht kurz. Schade. Ja. Nein. Boah. Boah. Ey. Komm. Komm, zehn Minuten. Habet ihr noch? Oder so. Dann gib mal den Ball her. Ja. Ich versuche etwas daraus zu machen. Ey. Ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver. Ach, vorne. Oh. Guck mal. Ja. Guck mal. Warum muss Benaglio kommen? Nein. Warum muss Benaglio kommen? Du hast mich da voll festgehalten. Freu doch nicht. Nein, nein, nein. Guck mal. Warum? 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 Mitnehmen. Schade. Denn umhauen. Oh, gut gemacht. Gut gemacht. Klasse geklärt. Klasse gekriecht. Elfer, bitte. Nein. Ecke. Das war mal wieder sauber. Das war jetzt so eine dumme Aktion, Alter. Das ist etwa schon. So, weg mit dem. Oh, was denn weitergespielte Einwurf für mich? Ganz sicher. Ganz sicher. Ach, egal. Mach hin, ich hab keine Zeit mehr, Mann. Ja. Da hast du recht. Zwei Minuten noch. Komm, werf, 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 werf. Ja, werf doch jetzt. Spiel doch mal. Ja. Boah. Weg. Ey. Weg. Mann, gib die Karte. Komm, wir spielen weiter. Mach, rot, ich weiß. Ja, komm, gib rot, jub dich durch. Was? Geht schon alles vorbei. Nani. Ach, schade. Jetzt mach weiter, Mann. Einen noch. Von Niklas Bentner. Jetzt. Ja, komm. Verdammt. Ja, ey. Nani. Nani. Taitchinden kannst du boom. Nani. Ach, du Idiot, ey. Ja, ne? Ja. Oh, nicht so mein Tag heute. Ah, 5 zu 2. Ah, meine Güte. Das haben sich die Wolfsburger aber anders erhofft. So. Gucken wir auf die Werte. Da bin ich besser außer der Ballbesitz. Und ja, ansonsten schon. 5 zu 2. Das Endergebnis.